jo dann hallo und herzlich willkommen zu sims 3 ok der jan timmermann hat gerade schlechte laune und der junior schlummert noch ok warum hat er schlechte laune das versuchen wir mal zu ergründen dann checken wir mal die daten okay er hat hunger ist nicht mehr so wohlriechend und spaß hat er auch schon lange nicht mehr gehabt haben wir noch eine babyflasche haben muss mir da sorgen machen trott davon und von müll die flasche und müll okay crazy ich will beschleunigen wir mal das essen kommen so das war ein bisschen musik in die bayern das war nicht so eine komische musik kann man nicht skippen kann ich ja nicht skippen drohliche musik passt nicht nein es gibt das auf der tastatur sehr tragisch okay die musik passt nicht na scheiße was ist das? oh falscher knopf und der stock gelandet herrlich klappt gut das wollte ich jetzt nicht drücken aber es hat den vorteil dass ich einfach mal hier musiktitel ändern kann das ist alles nicht so toll gerade Zufallsgenerator ist Mist so dann könnt ihr auch sehen was ich aufnehmen nämlich UBS und gehen wir wieder zurück zu spielen so ah jetzt hat er spaß Musik bringt ihnen spaß tut aber nichts gegen seine Hygiene so aus Harndrang ok der Leute muss auf Toilette den Hunger hat er auch da kann sich mal dann den Rest in dem Teil daneben so da ist noch zur Hälfte ausgeschlafen wie spät ist denn das? was was ist es zwölf Uhr nachts oder zwölf Uhr am Tage zwölf Uhr am Tage und er pennt noch? die sind nicht mehr gepennt auch zu spenden hier so so achso muss ich ausmachen wenn er Musik macht warum will keine Musik machen nicht wahr? so ok denke an die Hände waschen ich bin alleine dran hallo rutschen abtieren du willst das nichts essen mit deinen schmutzigen Fingern Ferkel Hände waschen Hände waschen man sollte gleich Zähne putzen so ok er ist verstopft also da kümmert sich jetzt also ich tue mal da abziehen entstopfen so jetzt war ich mal auf zu klippern da hast du was zu tun das muss nämlich weg also springen wir auf zu Rufmusik so so und bitte auf der Scherde so ok so Simon was macht denn der schöne Simon jetzt der Simon soll den Zähne putzen und essen genau er hat Hunger dann kann ich Teller nehmen Rumpaste Upgrade Upgrade Fertigmachen was da für Geräusche ok warum muss der denn arbeiten äh es ist F-Frei es ist Sonntag ja der Junge auch frei dann ist alles gut so was ging denn Hunger leider weniger so dann kann ich auch mal was anziehen hier äh Alltag so so haben wir nichts zu verarbeiten nö ok alles gut alles klar funktioniert 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 hervorragend tschüss rumbasteln ne tschüss achso wollte er sowieso machen alles klar spielen äh sauber so ein bisschen Hausarbeit auch ähm Kinder dürfen ein bisschen im Haushalt helfen ja achso und das hier die Reste weg äh äh nein Reste wegstellen wo die verderben so ist alles klar was haben wir da wir haben Post was haben wir da Post Information äh objekte Toilettenverpasst achso ja ok das ist klar Schraubenschlüssel und Hammer zur Hand genommen und objekte äh bla bla wir müssen schenken die nächste Fähigkeit Klavier erreicht auch gut gut nehmen wir uns Informationen so hat er denn noch seine Hausaufgaben zu machen schauen wir mal schnell nach Hausaufgaben Hausaufgaben sind 100% fertig mhm das hier äh lesen genau was wollte er machen hab ich jetzt nicht gesehen das wollte dann geht es doch mal lesen alles klar achja das ist so genau das Outfit von Vater gefällt mir überhaupt nicht er will auch lesen ist so ok soweit äh Outfit wechseln wir sehen nochmal da Alltag ist das denn Alltag nackig ich glaub da fehlen so paar äh Zusätze kann das sein ich glaub ich muss immer neu planen ok und sieh nein Outfit planen naja passende Musik zum Outfit planen ach so muss ich ausmachen jetzt haben wir ja wieder Musik ich hab's schick ok jetzt kippen jetzt ne nö fertig so ok das merke jetzt Alltagskleidung was ist die Musik laut wahrscheinlich immer so laut weil hier so ein Handwerk hast du oder so was komisches hier so bisschen oder so was naja ich glaub wir müssen selber zusehen dass wir das zusammenbasteln schauen wir mal schauen wir mal was hat der noch weg war ja auch gesagt ein bisschen geplant oder was mhm sowieso x4 oh ein Outfit Ja, das geht ja nix, aber zu langweilig, zu langweilig aus, ok, dann haben wir eine sehr viel Auswahl, glaube ich, hier, ne, die Maus spielt immer gerne in die Gegend, das gefühlt kann ich scrollen, ja, das ist neu, ne, aber wir wollen ein kurzes Outfit haben jetzt, äh, blau, ne, oder Oberteil sieht auch scheiße aus, so, Oberteil, ne, ne, ja, das sieht ganz glücklich mit, Das Gescheites dabei ist Oh, das ist toll! Oh, lustig! Ich bin unsicher, die Schuhe müssen auf die Wälder werden, da haben wir die Schuhe, sieh, das ist laut, habe ich schon hier weg? Sieh, das ist sehr laut, ja, 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 Wo hat er gekoppt? Einfach mal vollst du. Ich dachte, meine ich würde schütteln. Hey, hier. Hey, hey, hey. Hat er gekoppt, ne? Ich brauche Schuhe hier. Beide. Ich bin kein Fan von... Ich habe mir gesprochen, dass die ordentliche Person ausfügt. Ich weiß nicht, ob ich Schuhe... Ich habe hinten eine... So, dann haben wir das Sommer-Outfit schon mal geplant. So, dann haben wir das Sommer-Outfit. Das ist dieser hier. Okay, kann so bleiben. Jetzt noch dein Haupt-Outfit, genau. So, den wollte ich jetzt wechseln. So, und dann wollte ich ja... So, die nehmen wir. Huch, der Urteil nimmt sich auch automatisch mit. Also geil, ob das Urteil haben wir. Okay. Ich bring dir das hier einmal runter. Das ist nicht so gut. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht auch sehr komisch aus. Hm. Was? Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Sehr schön aus. Ach ja. Ein hell. Ich finde einfach die... Über die Hose kann ich nicht mehr durchgekommen. Die Hose kann ich nicht mehr durchgekommen. Die Hose kann ich nicht mehr durchgekommen. Ich gehe mal los. Das ist ja so. So. Und den Halszug. Ja, ich weiß. Dann so. Hm? Nein. Doch nicht. Dann das hier. Wir haben ja schon einen breiten Kreuz. So breit gemacht. Oder so breit geworden. Okay. Aber ich denke, das kann man so nehmen, oder? Okay. Wir nehmen deine Schlafstache aus, oder? Weeb! Ah, nein. Das ist ja ausgezeichnet. Okay. Let's see it. Ich versuche das. Ich lasse das einfach so. Dann muss ich das ändern. Ich gehe noch nicht zu... Absa-chig. Okay. Du ja. Et er ist ja so. Es wird nicht Ja. Du ja, du ja hörst. Ich hab viergeledet. Du ja, du ja. Du ja, du ja. Du ja, das ist ja nicht gut. Du ja, ja. Du ja, du ja. So, du ja. Oder? Nein, gar nichts mehr. So! Okay, ein Kochbeer, ne? Was ist das? Ja, das ist ja schön. Ich bin gut, ne? Ja, das ist ja gut. Ich würde das besser ziehen. Okay. Ich lasse das mal so. Ich lasse das mal so. Alles klar. Okay. Siehst du wohl. Ja, das sieht besser aus. Was macht der denn jetzt gerade? Der sollte ja am Lesen sein. Ist am Lesen, wie es sich gehört. Braves kennt. Sehr gut. Können wir wieder spannende Musik dazu machen? Kann man nicht skippen. Ich trage es. Ähm. Achso. Er hat sich hingelesen. Das ist gut. Ja, ist okay. Warum nicht? Kann man sich auch gepütet machen und ein Buch lesen. Kann man eigentlich noch was machen. Aber es ist schon wieder gespät, ne? Und, ähm, ich weiß, ich weiß, war er, hat sein Schlaf unterbrochen, ne? Er sollte schlafen gehen. Ist es schon spät? Ja. Er geht erst mal auf Toilette. Okay. Er geht erst mal auf Toilette. Okay. Boah. Lange. Halten Tag war er auf Toilette. Okay. Er wäscht sich nicht die Hände. Hände waschen. Hände waschen. Nein, nicht du. Nicht du Hände waschen. Er muss Hände waschen. Nein du. Boah. Ich werde aggressiv hier. Hände waschen. Penne. Wieso wäscht sich nicht die Hände? Ich hab' nicht intensiv drauf gehübt. Schnauto mach mir nicht so wild. So. Ääääääääääää. Nee, warte, ne? So. Du musst noch rausziehen. Schon wieder Hunger? Was? ich bin der hunger energie zu waren nicht recht ich habe ja noch ein abendessen servieren hier top verpasst zurückgeben eine freundengeschichte zurückgeben was hat er geklaut beruf oder was texte ist ja normalerweise musik mann ich weiß ich gar nicht so möchte plaudern zu reden ich muss ich muss das So, dann ist das fertig aus. Ähm, wie sieht es aus mit deinem Hunger? Äh, wenn man Hunger hat, dann äh... Aufräumschlüsseln nehmen, ne? Du wirst nicht essen, dann wirst du so aufpassen. Aufräumschlüsseln nehmen. So. So, dann geh ich auch essen. Was ist denn? Äh, zu scharf oder zu widerlich? Hm, wo geht er hin? Wirst du nicht hier essen, Junge? Wirst du hier hinten? Wieso geht er da hinten essen? Ah, ich hasse ja jetzt an der Steuerung. Hör mal auf zu essen. Oh, jetzt geht er weg. Oh, sie sollten zusammen essen. Ah, alles klar, das wollte ich wissen. Ah, okay. Ah ja, danke schön, das wollte ich auch mal wissen. Oh, ich jogge. Ja, alles klar. Dankeschön. Genau das wollte ich wissen. Ja, du siehst, dramatisch. Äh, ich muss da mal was ändern. Der kann diesen Stuhl nicht bewegen. Alles klar. So. So lassen wir es in der Ritten ziehen können, ne? So. 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 hier. So, hier. Setz mal hier. Kann er nicht alleine essen müssen. Wann tut das denn Sozialpegel gut? Ist das warum? Hä, wir wollen reden noch. Oh, nicht weg. Ehrlich. Hahaha, Marfony. Geh ins Bett. Kompliment machen. Oh. Bewundern. So. Äh. Komm ihm mal. Was haben wir noch? Ähm, bisschen plaudern. Kann man auch gebrauchen, freundlich. Ja. Ja. Dann müssen wir es selber machen. Wollen wir es nicht? Schicht. Oh. Woh. 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 So. Wann sie sich hier hin? Okay. So. Aber äh, von der Sädi, wir müssen das auch machen. Mhm. Tiga Turba. Lasha. Nutzern. Dann kannst du dann direkt ein Bett nehmen. Hm. Nargo. Hoho. Larpa Guys. Hahaha. Dann muss er ins Bett. Watooni! Isla Zuzang! Wabana! Wutu! Wumischlaf. Okay. So. Nein, du brauchst den. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn jetzt in Ruhe. Du kannst aber hier, äh, aufräumen. So. Alles klar haben wir es. Und natürlich... Deine Reste wegstellen. Mhm. Gut. Okay. Dann haben wir es. Was hier? Fehlt ein Computer, ne? Kann das sein? Wir haben hier gar keinen Computer. Wir haben hier keinen Computer. Wir haben hier keinen Computer. Interessant. Der ist der ersten Verschöder wert. Er ist gut. Ja, ist auch ein guter. Der ist klar. Das ist nicht schlafen, was das denn nun mal ist. Okay. Er ist nicht schlafen, was das nun mal ist. So. Mhm. 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 Ja. Ja, da schlafen die. Und ich denke, das ist eine gute Position, wie man auch die Folge beenden kann. Alles klar. Ja. Ich würd sagen... Ein paar Euro. Und... Ja, habt euch wohl. Wir waren heute nicht so wesentlich spannend. Wir haben hier so ein paar Grundfunktionen halt durchgeführt, ne? Ja. Toilette modellisiert. Ein bisschen Klavier gespielt. Ähm... Auf dem Windows-Desktop gelandet. Und... Ja. Irgendwie bist du ja in Beziehung, äh, wieder, ähm, gefestigt. Zu den Beinen. Ja. Alles klar. Und dann haben wir hier noch ein bisschen kleines Problem gelöst. Hier können übrigens noch einen Stuhl hin. Ich hoffe, sollten wir vielleicht nochmal... Gönnen Stuhl vielleicht. Mal einen Stuhl dazu holen. Mal einen Stuhl hier, so. 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 Das müsste passen, ne? Können wir so nach vierten, ne? Alles klar. Geld genug haben wir. Wunderbar. Wunderbar. Und wir zurück. Alles klar. Und das... Wird noch Geld für den Computer, ne? Aber ich wollte irgendwas anderes haben. Wollen für, ne? Der war doch irgendwas. Glaub ich war irgendwas anderes mal. Irgendwas. Ich bin jung, kann das sein. Ich komme hier nochmal zurück. Das ist der Babykram. Da hat er überhaupt nichts anfangen mit. Das ist der Kinderkram. Das... 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 Was? Meister Dartscheibe. Sport Sachen. Und der Sportball haben wir hier. Okay. St砰 iss�. Das ist die Arbeit. Ich bin gem Meta. Ich binitched in der AN 질문. Ich binад super neben ham. Du bist địch! Ach genau! Jaaaa! Flügel, genau, den Flügel wollten wir haben. Gut, gut, haben wir noch was vor uns. Jetzt zurück. Das wollte ich. Genau das wollte ich. Alles klar. So, jetzt bin ich aber weg. Habt euch wohl, bis demnächst, euer Jokul. Ciao.